Ey! Warte Arsch! Leute und willkommen zu Let's Play Minecraft Craft Attack Mini Also ja, die meisten von euch kennen wahrscheinlich Craft Attack, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt aus YouTubern Und das hier ist genau dasselbe, nur wir spielen nicht auf einer zerklüfteten Map, sondern auf einer ganz normalen Und es ist für Mini-Youtuber, also wir sind ja jetzt nicht so die berühmtesten, sag ich mal Nicht so lieb Also für Mini-Youtubers einfach Und ja, wir werden hier noch mehr Leute kommen Scheiße, ich kann nicht sagbar an Spawn Protection Ähm, ich nehm hier grad mit dem Gamow 4123 auf Und der heißt Oh, ich bin wohl zum Operatoren, das ist aber nett Achso, ja, und Hessische kommt von meiner Seite aus Ich hab die ganze Zeit einfach nur gelabert, du hast gar nichts gesagt Schieß mal das Internet in den Untergrund, ich hab schon ganz viel Holz Wir wollten das eine zerklüftete Welt machen, aber es hat noch nicht sofort geklappt, weil bei mir hat was gebackt Gefuckt Okay, hab ich mal ein Crafting-Table Okay Ist unnötig, wenn wir beide haben Öffnen Inventar hat, hab ich erzielt Ich bin so toll Fortgeschrittenes Handwerk Aber es leckt gerade bei mir Jetzt nicht mehr Oh Ey Ich hab den Stand bei der Einzelne So, eine Holz... Speed Sacky Und jetzt gehen wir Holze farmen, Leute Äh, Stein farmen Hättest du mich auch gerade machen Hast du schon Stein gefarmt? Ne Warum? Also ich bin voll der Bar, wo ich krieg so hart Achievements, ne Ich nehme erstmal nur ganz wenig So 20 Stück vielleicht, das ist ja nicht so viel Ich versuche jeden zweiten Tag eine Folge hochzulagen Ja, und ach ja, die Regeln Alter, guck mal auf die Mini-Map, wie viele Viecher da sind wahrscheinlich Ja, ja, ich hab ne Mini-Map Die Sans Mini-Map mit dem Minecraft Modem installer Ey, hier ist Eisen, wo ich mich hingebaut hab Was? Hier ist Eisen, das könnten wir Okay War ich auf der Seite runtergebaut Ja Bin ein bisschen krank, bleibt mal auch Alle, du brauchst dich genau da hinten, genau daneben, baue ich mich hin Und das, Leute, wir brauchen Essen Welch ist das? Welch ist das? Ich glaub noch Junge! Alter, nein, nein, lass mich ruhe Bin's verhindert? Ja Hä? Was sollst du dir das? Ich hab heute schon einen Tod Ich bin fast tot Hier, ich geb dir deine Sache, Junge Ahhhh Ahhhh Okay, das Eisen lass ich dir da, ich bin nett Ja, und mein Steinspitfack und mein Holz Die gehört dir Das ist... Nein! Ja, jetzt sind wir Steins Doch, die gehört doch auch Erde Nein, gar nicht Ich hab nicht Erde abgebaut, nicht gar nicht, nicht ein Stück Und Janne? Ja Guck mal was ich habe Ich hab Kohle Echt cool, ich krieg doch was, oder? Echt? Scheiße Ich hab mich voll verdippt, so Vielleicht ob noch Tarek und so Ja, und der Janne hat die Muss ja nicht jeder aufsteben von unseren Freunden Oder Bekannten Ja Alter, du willst voll weit an Ey, ruhig jetzt hier, ja? Ganz ruhig, ganz ruhig Junge Ist das dumm? Hahahaha 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 Warte Arsch! Das war die Rache für eben Ne, du hast mich doch eben gekillt Ok, ich fang jetzt an mit dem Hausbau, pschwule Das sollen die Zuschauer das nicht erfahren Was soll die... Komm, wir sind jetzt quid so Ich störe dich nicht mehr Und es werden noch Regeln dazu kommen Also das, was wir die ganze Zeit machen Das gehört sich einfach nicht Das macht man auch nicht Hahahaha Sag mal, warum klopfe ich jetzt erst? Ich hab da schon viel länger Dreimal auf Holz geklopft Hey, guck mal, voll der heftige ist schief mit gleich Was? Guck mal, mein erschief wird Heiße Ankengelegenheit, alter ist das heiß Aua, ich hab mir schon die Finger verbrannt Wie lange nehmen wir schon auf? Hab ich gar nicht drauf geachtet Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ich weiß noch gar nicht, wo ich mal ein schönes Domizil hinsetze Was glaub ich denn immer Äääääähm Oh anders noch Holz Bro Ahí den Timmermott Den Timmermott Nö嗎 密 of Nickel nicht auf dem Server, man wird auf dem Server gebannt, wenn man Hacks hat das ist doch kein Hack Tim Mammott trotzdem bringt einem nichts also schon, man kann schnell Holzer bauen, aber das macht wahrscheinlich noch, dass mein Internet, äh, 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 meine Kisten und mein Inventar ganz auf den Knopfdruck ge... 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 geordnet werden gecleat, will ich nicht verarschen ich hab schon Zuckerrohr Applaus, Applaus Applaus, Applaus sind meine Worte mein Herz geht auf und weiter darf ich nicht singen, sonst kriege ich einen Strike von YouTube so kannst du ja nicht singen ey, ist ne... ich dachte schon ne Höhe nein, wegen Lizenz und so weißt du? nee, weißt du nicht, oder? Pädis Ue ich geh hier ich geh hier wir haben gewonnen ich geh hier ich geh hier ich geh hier komm mit hier ist ne Höhle tolle Höhle super super ich hab schon Kohle Kohle, 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 Kohle Scheißegal Jolo ja es ist voll die Scheißhöhle das ist schon tolle Höhle das ist einfach ein kleiner Graben ey, das ist ne richtige Welt hä, wir sind das ne richtige Welt hier ist ne richtige Welt hier ist normales Holz das meint ich damit ja, also kein... ja, das ist auch normales Haus, es ist einfach nur Fechtenholz ja, wo bist du denn? wie lange wollen wir denn immer ungefähr aufnehmen, hallo? ja, weiß ich nicht, musst du, weiß ich nicht, musst du 10 ich hab Schweiß 13 Minuten so ey, das ist kühl kann sich auch suchen, wie lange ja, mach einfach Jolo und der Folge dann musst du halt immer alles aufnehmen, stimmt ja ja ein paar Freunde von uns, wenn die mitmachen würden, dann würden die wahrscheinlich... wenn die keinen YouTube-Kanal haben, würden die wahrscheinlich nicht aufnehmen, aber ist ja auch nicht so schlimm wir brauchen auf jeden Fall Karotten oder sowas oder Kartoffeln und es wird langsam Nacht eine Hütte muss machen wie viele FPS hast du gerade? 30 hm, ich hab sogar um die 40 wo kann man einstellen, wie viele FPS man maximal hat? bei Flips? ja, nein, bei Minecraft äh, Escape, Option, Grafikeinstellung, Kanzel, Max Bild, Bildrate da hab ich 255, obwohl mein PC das gar nicht schafft hoja ich hab Leder was leckt hm ich hab Leder und Kuhfleisch Max Bildrate, da hab ich jetzt 100, weiter kommt er nicht überhaupt mal, ein bisschen niedriger manchmal leckt es sogar weniger, wenn man es nur so hoch wie der PC ungefähr schafft war meiner schafft höchstens das höchste, was ich je gesehen hab, bei dem man so... ich weiß nicht, wo ich mein Haus baue 180 ich baue jetzt einfach hier ein Haus sind, mach ich mal ein bisschen Fläche frei manche haben die FPS ja nur auf 30, ne? ich weiß nicht, was das bringt oh, wenn das viel schneller fällt, flera ja kann ich schon nur bei Freds machen nachher bei Freds äh, da kann man das ausnehmen auf jeden Fall wo unser crafting table ich hab die abgebaut und ja ich weiß nicht wo ich mich hinbauen ich bin bei koordinaten wie das für das führt er oder 4 plus 335 und höhe drei maus für dich jetzt in der 8 ich baue hier eine kleine fläche frei wo bist du ein ja scheiße wird das meine stadt machen doch nicht hier die portiert sich erst mal hier sind berge wie geil wie geil ist das denn aber in so eine gegend ist so hässlich ja eben ich weiß wo ich mich hin aus welcher richtung kamst du ach so mein last def ist da wie weit bist du bitte gelaufen komm jemanden konnte ich gleich mal zu mir ja ich brate mir rein also hier schreibe ich mal hin weh ähm option ne ich war ab auf m macht man das ne wegpunkte neuer wegpunkt wenn eine beleuchtung ausmacht dann ist das viel heller welt was für eine boah was für eine beleuchtung ich mach einmal Toggle down voll das macht mir nur bei der ersten Folge und ich würde sagen mach mir einen Cut wir nimm mir nicht zwei Folgen vor auf was erste Folge so kurz weißt du wie wenig dass wir aufgenommen haben wir haben so weiß ich nicht wie viel fünf Minuten ist wenig okay ja ehrlich mal hast du einen Timer gestellt oder was nee ich hab auf die Uhr geguckt wir haben so 40 angefangen das heißt sechs Minuten okay wir nimm noch auf ich nehme bis so erster Part vielleicht 20 Minuten oder ja 15 ich mach mir mal Schuhe ich hab Schuhe Lederschuhe und ich leg mich mit einem Skelett an das ne Leder links hat und ich geh dabei drauf ist klar aha mein Pfeil du nicht hahaha wir müssen ja irgendwo eine Stadt gründen ich tp mich noch einmal zu Adrian alter ich bin so gut wie tot guck mal was ich hab sechs Stück hier hör auf jetzt ich esse immer rohes Fleisch Creeper Creeper haha ich hab schon Schwarzpulver ich muss mir mal ein Intro machen ich hab noch gar kein Intro oh ich schon richtig knalliges ihr habt gehört ich hab eine neue Intro Musik drin hier ist einfach Leute Lederrüstung der Zombie ich baue mir ein richtig schönes Haus das ist richtig schön ja wo wollen wir das denn hinbauen also ich baue meins auf dem Wasser ja wir müssen uns doch gestatten ja hier bei dem Fichtenwald bei dem Fichtenwald äh hier ok ja wo wir gespawnt sind dachte ich hier ist noch relativ ja was für ne scheiß Biom findest du das Biom scheiße? ich liebe diese Insel Aaaaaaah die Kiefer hast du kein Schwert? oh teils jetzt jetzt bin ich geschlagen oh mann was hast du halt für meine Sachen eingesammelt? ich hab Zuckerrohr das ist meins hier da liegt doch davor ist jetzt volles Hunger falls er voll nicht voll hatte nein ich geh zu ah Junge ich hab halbes Herz echt? komm mit dem Fleisch mit dem hohen Schweinefleisch rohs Fleisch rohs Fleisch rohs Fleisch rohs Fleisch oh komm ich will jetzt nicht jetzt nicht der versteckt sich irgendwo Junge du musst noch ich hab alle deine Sachen eingesammelt so viel Arschloch oh chill ich geh dir doch alles das war deine 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 meiner deiner meiner deiner und deiner so alles wieder ok hey ich find das ist gar nicht mal so schlimm das Bion hier hab ich ja geil hier kann man geilen Strand machen ich mach hier mein Haus nein doch mit so nem Stick und alles schön ok du Arschloch du willst du nicht was ich baue mich da hinten hin mach mir mal ein Schwert ein Eisenschwert kann ich dich bezwingen echt? ah du kannst mich locker nicht bezwingen ich hab deine Holzspitzhacki du hast meine kaputte egal ich hab ich schon einen Stein schon lange Fleisch ich bin so ein lecker ich ich esse immer hohes Fleisch wisst ihr das? Fleisch Hauptsache Fleisch Tisch Spitzhacki brauche ich gar nicht ich reparier einfach welche hab ich irgendeinen Crap? natürlich natürlich nicht natürlich habe ich mal wieder keinen Crap und wie andere du lässt mich jetzt bitte in Ruhe oh kannst du dich mal auffüllen jetzt ich hab' ich... ich mag hier rum die er wie wichtig dass meine Stadt auf dem Wasser machen auf dem Wasser doch ja wenn du meinst schreibt mal die Kommentare ob dir das gut findet oder scheiße also ich baue hier schon mein Domizil ich fang grad an hier bauen wir Stadt Arschbombe das war auch wenn man den Weg abzusteht er kommt nicht raus hey siehst du ich würde sagen ich mache hier an der Stelle oh das ist eine Hexe bin ich da gleich ja ich bin ey die beiden Insel sind für mich vorgedingst ne da wohne ich ich bin vergiftet Hilfe verreckt ja nein doch es geht auch noch fick dich ich sterbe ich sterbe hei bis jetzt jetzt muss ich hier wohl künstlich boah den ganzen Sand abtragen also eine kleine Verbindung zum Land steht schon mal hier wohne ich jetzt nämlich wir kommen in meinem Domizil ja da wohne ich ja ne auf so einer Scheißrand ich wohne auch scheiße nein hier wohne ich ich bin ich nehme beide Inseln Junge Junge nein nicht Junge der macht mir halt keine Stadt doch dann wie sollen wir denn eine Stadt machen ja einer fragt du wolltest doch da hinten zum Strand wo dahinten hast du dann eine schöne Aussicht auf mein Haus stimmt gute Idee und dann kannst du auch so einen Steg und so bauen ja sehen was man positiv hä wo sind meine ganzen Holzstämme die hast du ne ich mach einmal kurz nen Cut dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder sehen wir uns bei ne wie lange nehmen wir schon auf nein ich muss einmal kurz ich mach kurz nen Cut dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder adios aber ich nehme immer noch auf ne ich hab nen Cut gemacht bei mir war eben nur jemand drin und ich ich lächle noch nute dich ohja ok Leute wir haben ca. 40 angefangen das heißt noch 6 Minuten haben wir so ungefähr mache ich jetzt noch die Folge gut dann hole ich mir jetzt schon mal den Crafting Table her der da hinten nämlich steht den hole ich mir dann einfach mal her und bauen wir dann da hinten schon so ein kleines idyllisches Plätzchen also ein hübsches hoffe ich mir das wird schon ganz schön also auf diesen beiden Inseln da brauche ich mir einfach nur ein schönes Häuslein und ich hab so gut wie kein Essen mehr ich sollte mir mal einen Ofen machen noch nicht mal das habe ich hat der einen Ofen? nein schade sonst hätte ich den jetzt aufgebaut ich glaube das hat er sogar gehört oder? hast du es gehört? ja das hat er gehört weil er sich gerade genuttet hat diese Nutte oh wie scheiße ich muss Cobblestone farm um wir haben das auch gar nicht mehr auf dem Server K.K. K.A.C.K.E. K.K.E. K.K.E. K.E. lecker essen MET wir nehmen MET kriegen wir zwar es ist nicht so gesund aber und liegt doch irgendwo Fleisch Fleisch mein Fleisch okay so nach UBEN nach UBEN ok was gibt es noch irgendwo hatten wir Cobblestone abgebaut so so ich will nur ein bisschen Cobbl ok der Bjarne ist auch nicht auf dem Server na super so das reicht für das erste und dann wohnen wir jetzt einfach da hinten so so auf diesem kleinen Dingsblabis Bum 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 diesem kleinen Häuslein ok dann haben wir hier unseren Kraftsatz Tink Table und haben zwei Schaufeln so und dann fangen werden das jetzt hier alles abzutragen also das Grund der Grundstellung ist so ungefähr die Höhe und dann müssen jetzt anfangen alles abzutragen ich möchte ein Haus haben was viel Glas hat aber auch eher so eins, was ein bisschen auf altertümlich gemacht ist. Ja, es wird viel Action auf jeden Fall in diesem Projekt geben, denke ich mal. Da hier noch viel mehr Leute dazukommen. Regeln müssen auch noch aufgestellt werden, weil das, was wir die ganze Zeit machen, geht natürlich nicht. Das kann man nicht einfach machen. Weil das dann ja auch irgendwann langweilig wird, weil SSV hat schon oft Projekte auch ohne aufnehmen und da ist dann, dass so oft schon sind Sachen in die Luft geflogen, abgefackelt, verbrannt. Abgefackelt und verbrannt ist das selber. Aber egal. Es ist schon so viel Crap, also so viel Scheiße passiert. Auf jeden Fall. Ja, hoffe ich, das wird einfach eine geile Zeit. Muss ich mal gucken, wie lange ich schon aufnehmen. So. Ähm, warte, meine Bruder. Ähm, okay, wir nehmen zwölf Minuten auf, circa. Ich weiß nicht gerade genau, wie lange, aber noch circa so drei Minuten und dann dann werde ich auch diese Folge. So, der Grundstein für unser Haus. Also das Fundament, das legen wir schon mal. Okay, müssen wir alles wegmachen. Und diesen großen Berg, man muss müssen wir auch komplett wegschaufeln. Der hat die ganze Zeit zugehört. Nein, der ist junger. Ja, an den großen, ja, okay, machen wir noch eine Folge. So, jetzt ist der Vianna auch wieder da. Drüü, ruü. Der läuft. Achso, deswegen. Okay, drei, zwei, drei. So, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge. Minikust. Der hat er gut seine Folge wieder gestartet. Oh, heute ist so ein schilliger Tag, ne? An diesem Samstag. Wo ist mein ganzes Eichenholz? Das hab ich. Komm her zu mir, dann geb ich's dir. Also es liegt dir jetzt. Hier muss noch ein Steg rüber. Hey, Piano, klippier dich zu mir, da liegt er, sonst droppt es gleich weg. Ich bring dir das nicht. Nein, ich will hier nur kurz was bauen. Ich baue hier nämlich auch eine Brücke da hinten und dann kann ich ja auch... Willst du nicht, dass du mal zu mir wohnst, dann? Nein, ich will eine Verbindung machen. Lass mich eine Stadt über dem Wasser bauen, das ist richtig geil. Hab ich auch vorher gesehen. aber das meint er. Ich find den Steg da so hässlich. Obwohl, ich baue jetzt einfach mal, fang ich an, jetzt um mir ein hübsches Haus zu bauen. Lass mich mal. Dann muss ich hier Erde machen, dann mach ich mir so einen Garten auf dem Wasser. Das wird richtig cool, auf jeden Fall. Relax gerade ein bisschen. Ich will wieder fast keine Schaufel mehr. Hast du Cobblestone? Ich? Ja. Ja? Aber das brauche ich für mein Haus. Baust du dein Haus als Cobbl? Nee. Sondern? Cobbl. Hahaha, lustig. Hm. Siehst du meinen Kopf auf der Map? Äh, ja. Ja, ich dann auch. Und ich seh auch meinen Todespunkt. Oh, ich hab Eisen. Ist jetzt simpel verbunden. Oh, wir sind verbunden. Für alle Ewigkeiten und noch viel länger. Bla, 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 bla. Und die sind da. So, und bla, bla, bla. Hast du immer noch deine eigene Folge? Ja, klar. Nein, ich hab mich auf die Uhr geachtet. Ich nehm so ein, zwei Minuten schon auf. Das heißt, äh, ja, also ich würd sagen, meine erste Folge ist vorbei. Weil ich will nicht so lange aufnehmen, weil mein Internet ist ja nicht so gut, die Stadt. Ja, meine erste Folge ist vorbei, Leute. Ich würd sagen, das war's mit dieser Folge. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, lasst konstruktive Kredite in Form von einem Daumen nach oben oder Kommentaren oder sonst irgendwas. Na, mach's gut. Ciao.